Hallo, ich bin Clemens Kubi. Ich habe mal eine ganz dumme Frage an dich. Willst du glücklich und gesund sein? In der Tat, es ist eine dumme Frage, weil die Antwort ist immer ja. Bei jedem Menschen. Ich glaube, jeder Mensch möchte gesund und glücklich sein. Jedes Wesen sogar, auch ein Tier möchte gesund und glücklich sein. Aber wie geht das? Wir stellen ständig fest, dass wir irgendwo feststecken, dass es uns was wehtut, dass wir Mangel erleiden, dass wir keinen Selbstwert haben und so weiter. Also wir sind ziemlich weit weg vom Glücklichsein. Dabei das Fantastische am Glücklichsein ist, wenn man in Harmonie kommt. Harmonie, ein Körper, der in Harmonie ist, ist glücklich. Eine Familie, die in Harmonie ist, ist glücklich. Eine Firma, in der nicht dauernd Konkurrenzkampf und Missgunst und Eifersucht herrscht, die ist erfolgreich. Und das Schönste an Harmonie ist, sie braucht am wenigsten Energie. Alles fließt ineinander, jeder sieht beim anderen, was zu tun ist, man ergänzt sich. Also da gibt es keinen Stress. Deswegen ist die Harmonie für das ganze Universum das Wichtigste. Wenn du dir anschaust, wie die Planeten, wie die Sterne, wie die Galaxien zueinander arbeiten, sie arbeiten alle auf energetisch niedrigstem Niveau. Jede Funktion ist so ausgerichtet, dass sie für die Erfüllung ihrer Aufgabe die wenigste Energie braucht. Und das ist doch hochintelligent. Also wenn man etwas bewerkstelligen kann, mit weniger Energie als der andere, hat man schon gewonnen. Und die Steigerung von Harmonie ist die Liebe. Und bei der Liebe, die kostet nicht Energie, da bekommst du sogar noch Energie. Also es geht nur darum, dass du deine Gefühle, deine Konflikte harmonisierst. Und dafür gibt es ein Werkzeug. Das habe ich selber entwickelt und deswegen will ich dir das auch erzählen. Weil es ist keine Geschichte, die du dir von außen holen musst. Es ist nicht so, dass du da den besten Berater für dies und jenes brauchst. Du brauchst einen Finanzberater, du brauchst einen Arzt, der dir sagt, wo es lang geht. Du brauchst irgendwie einen Chef, der dir immer sagt, geh rechts oder links. Du brauchst den Pfarrer, der dir sagt, wer Gott ist und so weiter. Oder manche haben sogar einen Partner, der ihnen immer sagt, wo es lang geht. Also immer von außen ist dein Glück letztlich abhängig. Und das kann es nicht sein. Das funktioniert nicht. Weil Glück ist etwas ganz Individuelles. Jeder ist einzigartig. Und dein Glück kannst nur du für dich empfinden, herstellen. Aber das kriegst du nicht mit der Ratio, wo du denkst, du brauchst zum Glücklichsein, weiß ich, eine größere Wohnung, ein besseres Auto und so weiter und so fort. Nein, du brauchst, du musst deine Intuition aktivieren. Weil über die Intuition kommst du an deine eigene innere Weisheit. Und deine Seele, die dort zu Hause ist, die weiß alles. Die ist ja mit dieser Weisheit verbunden. Diese Weisheit, die du in dir findest, das ist die universelle Weisheit. Das ist die kosmische Weisheit. Und die ist ja in Harmonie. Also wenn du lernst, mit deiner Seele zu reden, dann kommst du genau an die Dinge, die du brauchst, um glücklich zu sein. Da findest du in dir den besten Berater, den besten Arzt, den besten Schamanen. Da hast du sie alle. Weil oft ist es ja so, die Ratio, die liefert dir Informationen, da bist du am Zweifeln. Stimmt das, stimmt das nicht? Soll ich dem vertrauen oder nicht? Du musst lernen, nach innen zu gehen und sofort zu überprüfen, wie fühlt sich das an? Weil deine Intuition, die kann die komplexen Phänomene erfassen. Die Ratio hat immer so einen Tunnelblick. Da gibt es ein Fachwissen, dafür, dafür, aber nie das Ganze. Und das lernst du mit der Intuition. Und dann fühlst du dich völlig anders. Aber die Intuition, also die rechte Gehirnhälfte, wird halt leider in unserer Gesellschaft nicht trainiert. Wir trainieren nur die Ratio, das vernünftige, also das wissenschaftliche Denken. Und Intuition ist Privatsache. Wenn du das änderst und deine rechte Gehirnhälfte genauso schulst, wie du die linke geschult hast, dann, dann wirst du wirklich glücklich. Und dafür wünsche ich dir ganz viel Entschlossenheit, Inspiration, aber auch Disziplin. Weil ohne Lernen, das ist wie eine Fähigkeit, wie eine Sprache, wirst du es nicht schaffen. Die rechte Gehirnhälfte muss genauso trainiert werden, wie man die linke trainiert hat. Aber dann tut sich für dich ein Raum auf. Großartig. Ich wünsche dir für deine Bewusstseinserweiterung viel Erfolg und Freude damit. Alles Gute.